Your past. Your future. Your very light. You will lose everything. Fick dich! Jetzt bin ich dran. Wie, du bist dran? Also dann ein graues. Also das gleiche, was du warst. Ja, das verstehe ich nicht. Gemein. Nicht mal 30 Sekunden, ey. Nee, nee. Ach. Das sind wahrscheinlich jetzt wieder dieselben. Hast du den Namen gemerkt? Ecliptic World oder sowas. Nee, Wasserleiche. Wasserleiche, okay. Mach sie mal fertig, die Wasserleiche. Da haben wir 20 Minuten, haben wir noch. Hä? Hat der eine Kiste? War der eine Kiste, oder was? Oh. 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 Keine Stamina. Keine Stamina. Der haut 800 Mal daneben. Oh. Der hat kein Schild. Das war's. Das war's. Nee. Nee, ich schaff's noch. Musst ihn nur zweimal gut treffen. Oh. Oh Mann, wie schlecht! Scheiße! Noob-Armbrust, ey. Ja, Kacke. Arschloch. Alter. Ja, war aber auch dumm. Mist. Ich dachte wieder? Ja. Ja. Das coole Resident Evil 6-Zeit. Mhm. Das ist halt echt so, ne? Da haben wir so einen. Was? Da so einen roten Speckstein. Da glaube ich auch. Oder? Nee, ich weiß es nicht. Jedes Mal vergesse ich das. Sonst könnte man sowas vielleicht auch mal machen. Ich glaube, den roten Speckstein kriegen wir nur, wenn wir auch in einem extra Covenant sind. In dem... Oder? Eins hätte ich grad Mist. Schade. Oh. Was jetzt? Wir sind schon... Wir werden schon gerufen. Habe ich schon? Bin ich jetzt gut oder böse? Gut. Gut. Ah, guck. Der will dann mit Schild wegschlagen. Oh, ich hab Angst. Cool. Na, komm hier hoch, ey. Komm hier hoch. Ach Gott. Aber hier noch nicht. Oh, was hat der da? Was ist das? So ein fieses. Ah! Set! Aha, er wundert sich. Diese unkonventionellen Angriffsmuster. Ich kann nichts dagegen tun. Oh. Okay, alles klar. Ja, sehr gut. Shit. Der heilt sich. Nein! Hau, hau! Ja! Immerhin. Ei! Oh, Achtung. Oh, ist das nochmal? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ah, shit! War das knapp, ey. Aber cool. Mano! Da geht die Pumpe ganz schön. Ja. Oh, man. Aber das ist cool. Hm? Hm. Nochmal. Okay. Ja, das Gute ist, wenn wir als Phantom sterben, dann verlieren wir auch keine Seelen. Hm. Aber wir sind trotzdem nicht mehr ganz Human. Ja, stimmt. Ja, genau, weil wir ja einmal von dem weißen, ähm, von dem Havel-Typen da gekillt wurden. Stimmt. Was machst du? Einfach mal hauen. Ist aufregend. Nein! Oh! Oh Gott, oh Gott! Schaffst du? Schaffst du? Ja! 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 Oh, scheiße! Machst du super. Oh nein, das hat getroffen. Vorsicht! Nein! Aber das war so gut! Oh, scheiße! Das war trotzdem so gut! Ja, ich hab nichts gesehen. Diese Blödmänner, ey! Und was ist das? Vielleicht ist das ein rotes Phantom. Vielleicht sehen die einfach nur weiß aus. Diese Penner. Ah! Wir haben nicht mehr so lange. Also, wir machen jetzt, falls wir vergessen eine Up-Mod zu machen, äh, wir haben jetzt noch 16 Minuten auf der Karte. Das kann sein, dass wir es nicht im Auge haben und deshalb wir für immer weg sind. Mhm. Und wir keine Up-Mod machen. 16 Minuten sagst du? Ja. Okay. Jetzt haben wir noch zwei Gegner. Oh, guck! Da passiert schon was! Ja, das sind bestimmt wieder dieselben. Wenn ich jetzt... Oh, ich wollte... Hab ich das jetzt noch? Hoffentlich sind das nicht dieselben. Das hab ich ja niemals. Aber du warst so gut, du hast immer gehauen, obwohl du ihn nicht gesehen hast, weil du schon wusstest, dass er gleich hinter dir steht. Und dann hast du ihn immer noch erwischt. Das war so gut. Joby Master 5000. Der klingt ja schon ein bisschen gut. Der muss oben sein wahrscheinlich. Der hat grad die Glocke geläutet, ne? Kannst ja mal vorsichtig hier runter... Gucken. Oh... Nee... Ey, ich beklebe keine fünf Sekunden. Ha! Ey... Ach du Scheiße, er steht oben. Wie fies ist das denn? Okay, da ist er. Aber er hat auch so viel Energie verloren. Wieder halbwegs fair. Und er hat kein Schwert. Äh, Schild. Ich schau hier immer trotzdem hin. Oh, ich wollte doch rollen! Mann! Oh, was war das denn? Oh... Oh... Scheiße. Und jetzt das Schwert auch noch. Das sah aber auch gut aus eben. Der ist ja gemein, ey. Zeig mir den Dinger mal runter. Ich glaube, wir müssen nochmal an einem Bonfire rasten, damit unser Equipment wieder repariert wird. Willst du nicht eine andere Waffe nehmen? Weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ja... Andere Waffen nehmen? Achso, unser Ring ist kaputt. Achso, der Ring? Genau. Aha. Ach... Super. Leather Rating Knife. Irgendein Messer. Okay, hier ist der Ausgang. Und hier sind die Abomination-Monster, wie die heißen. Da würdest du jetzt durchrennen? Klar. Ja? Das dauert sonst ewig, bis du beim Lost Sinner bist. Skate ist auch schon auf. Aber du musst dir die Stamina einteilen, weil die Bombentypen natürlich jetzt da sind. Ja. 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 Das dauert sonst ewig, bis du beim Lost Sinner bist. Neu, wie man sieht. Ja! Gute Idee! Scared. A little bit scared. That's what I am. Sehr gut. In allen Seiten, ey. Knappe Kiste. Das wird die ganze Folge dauern, die Passages, weiß ich jetzt schon. Da durchrennen. Das war halt schwieriger, als die Einsen zu machen. Naja, das war ein ganz dummer Fehler. Ja, ich habe ihn noch nie gemacht im NG Plus 2. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, ob mit Hilfe oder ohne. Wahrscheinlich mit. Würde ich jetzt mal tippen. Ja. So wie ich mich kenne. So, wie machst du die drei immer? Sind ja schon nervig. Ich gehe sonst gerne zu einem hin. What is done? Cannot be und done, Khaleesi. Wo wir ja so früh mit der Planung beginnen für den Tag der Freien. Ja. Auf den Kopf. Rutschi und direkt mit dem Arsch rauf auf den Kopf. Siehste? Sehr gut. Eigentlich hätte der jetzt drin sein müssen. Was ist das für ein Möchtegern Turtle? Oh. Alter. Der ist aber gar nicht ein netter Typ. Alter. Was soll das denn? Was ist denn für ein geilen Kronleuchter als Waffe? Was ist das denn für ein Assi, ey? Der hätte mich jetzt so ein bisschen äh... Bei der Ringtag alle. Da weiß ich jetzt... Man muss auch... Für so einen Kampf musst du auch im richtigen Mindset sein. Du musst auch... Körper und Geist müssen eins sein. Und bei mir war grad weder Geist noch Körper anwesend für diesen Kampf. Nun. Nun denn. Vor allem lustigerweise ist der wahrscheinlich eher... Ach, naja. Weg da. Wieder hoch, wieder mit dem Arsch. Der erste Asskill in der Geschichte von Dark Souls. Oh. 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 Du kannst eigentlich auch weiterhin nicht machen, wenn du eh nicht blockst. Ja. Just saying. Haili, Haili, Haili. No Haili? Ja, okay. Haili! Ähm. Jump da da rum. Sehr gut. Oh. 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 Wie hast du das gesehen? Ja. Was kannst du auch am Rand da rum? Ah. Mann. Das war nicht fair. Ja, Iron King kriegt nen Rüffel. Mich mit seinem scheiß... Du hast fast die Fingernägel gesehen. Warte, die sind das letzte Mal geschnitten. Da hängt man dann fest, ja? Guck mal, ist aber auch ein Tanz auf der Rasierklinge gerade. Herr von Richtarski. Ja, das ist how I roll, man. How I roll. So, homie ist der jetzt weg. Bei Iron King? Ja, der ist echt weg, siehste. Ja. Ey, ich darf aber jetzt mal Human Effigy benutzen. Wir haben echt nicht mehr viel Energie. Okay. Wieso haben wir eigentlich den Ring an? Ich mein, wir haben doch eh zwei Slots. Achso, wir haben drei, wir haben gesteckte Lightnings. Okay, I see, I see, I see. Komm, Human Effigy.